Das Bundesbeamtengesetz regelt Einzelheiten zum Beamtenverhältnis auf Bundesebene, Ernennung, Laufbahnen, Versetzung und Abordnung, Beendigung des Beamtenverhältnisses, Pflichten des Beamten, Rechte des Beamten. Das Gesetz enthält zudem Vorschriften zur Personalverwaltung und zum Beschwerdeweg, Rechtsschutz. Entsprechende landesrechtliche Regelungen existieren für Beamte auf Länderebene bzw. in Städten und Gemeinden. Rechtsverordnungen Das Bundesbeamtengesetz ermächtigt die Bundesregierung, bestimmte Regelungskomplexe durch Rechtsverordnungen zu konkretisieren. Auf Grundlage des Bundesbeamtengesetzes sind bisher folgende Verordnungen erlassen worden. Arbeitszeitverordnung, Beamtenaltersteilzeitverordnung, Bundesbeihilfeverordnung, Bundeslaufbahnverordnung, Bundesnebentätigkeitsverordnung, Dienstjubiläumsverordnung, Erholungsurlaubsverordnung, Mutterschutz- und Elternzeitverordnung, Sonderurlaubsverordnung, Trennungsgeldverordnung. Noch nicht durch Verordnung geregelt ist das Reisekostenrecht des Bundes. Daher gilt weiterhin das Bundesreisekostengesetz, siehe auch Beamtenstatusgesetz.